Ich habe mein Abitur beendet und wusste zuerst noch nicht ganz, wohin mit mir. Und da ich davor bei Kaufland einen Nebenjob hatte, habe ich mich dann entschlossen, dass ich die Ausbildung dort mache, weil mir einfach das Spaß gemacht hat. Dass man im Team arbeitet, dass man Spaß hat auf der Fläche, jeden Tag andere Kunden, das ist abwechslungsreicher als andere Tätigkeiten, man bewegt sich viel. Die Ausbildung geht drei Jahre lang. Beim Kaufmann im Einzelhandel ist es ja ganz geschickt, weil die Ausbildung ist so in zwei Teile aufgeteilt. Also nach zwei Jahren macht man den Verkäuferabschluss und hängt dann noch das letzte Jahr hinten dran und ist dann Kaufmann im Einzelhandel. Morgens fangen wir meistens an mit dem Obst und Gemüse verräumen. Einer meiner Highlights immer morgens. Nächster Schritt ist auf jeden Fall, meine Ausbildung zu beenden, verkürzt. Und danach strebe ich den Handelsfachwirt an. Unter uns Kollegen, wir sind einfach ein Team und deswegen tauscht man sich da immer aus und hilft sich auch gegenseitig. Ansonsten haben wir auch Ausbildungsbetreuer. In der Filiale haben wir immer jemanden, zu dem wir kommen können. Worauf ich auch ganz stolz bin, ist immer, wenn ich Führungsaufgaben bekomme und wenn der Chef dann am nächsten Tag kommt und sagt, der Laden sah top aus. Mein Name ist Daria und ich mache meine Ausbildung zur Kaufbau im Einzelhandel bei Kaufland im Vertrieb. Bis zum nächsten Mal. Dieract詞. Die